Wir leben im Zeitalter der Beliebtheitswettbewerbe. Sich gut auf Social Media präsentieren zu können, kann Reichtum bedeuten. Sich gut im Job zu präsentieren, kann, ganz ohne zusätzliche Leistung, Erfolg bedeuten. Sich gut darzustellen kann bedeuten, dass andere uns für erfolgreicher und vernünftiger halten, als wir wirklich sind. Und in dieser Zeit sind echte, wahre Beziehungen ein Segen. Und eine Seltenheit. Ich glaube, das spüren Menschen mehr und mehr. Daher sagen viele Leute mittlerweile, ich gebe nichts auf Anerkennung oder Beliebtheit. Ich will was Echtes haben. Also sprechen wir darüber, warum einige wenige gute Beziehungen in der modernen Welt unfassbar viel wert sind. Ich denke, viele von uns wachsen mit der Erwartung auf, dass nur die Menschen etwas erreichen, die beliebt und sozial sind. Die schönsten Menschen spielen in unseren Lieblingsfilmen mit. In der Schule haben die coolen Kinder viele Freunde und werden bewundert. Und neu dabei, auf Social Media ist die Anzahl der Follower wortwörtlich eine Einheit zum Messen von Beliebtheit. Und ganz ehrlich, es fühlt sich auch gut an, wenn jeder in der Klasse deinen Namen kennt. Oder wenn du zu jeder Party eingeladen wirst. Wenn die Kollegen immer zu dir kommen, um Rat zu suchen. Wir haben uns nicht weit genug vom Tier entfernt, um keine Freude zu spüren, wenn die Gruppe uns den Rücken krault. Aber wir sind eben auch nicht nah genug dran am Tier, um Vernunft komplett aus dem Fenster zu werfen. Das heißt, die Frage, wie viele der Leute uns in einer Notsituation helfen würden, ploppt immer mal auf wie eine Benachrichtigung auf dem Smartphone. Wenn ich morgens ins Krankenhaus muss, wie viele meiner Kontakte würden mich wirklich fahren? Wenn ich eine mentale Krise habe, wie viele würden es überhaupt bemerken? Wie viele der Menschen an meiner Kontaktliste wissen, wofür ich morgens aufstehe? Menschen, die sich von Selbstdarstellung blenden lassen, sind selten diejenigen, die mit dir durch dick und dünn gehen werden. Wenn du also jemanden allein mit deinem Charme, deinem Witz oder deinem Aussehen beeindruckst, ist er noch lange kein Freund. Das ist auch eigentlich nicht schlimm. Also auf individueller Ebene. Als Gesellschaft und Menschheit sollten wir schon mal darüber reden, warum wir uns so oft blenden lassen. Der Halo-Effekt ist da ganz interessant. Der besagt, dass wir von einer guten Eigenschaft eines Menschen, zum Beispiel Attraktivität, super schnell auf den gesamten Menschen Schlüsse ziehen. Zum Beispiel, dass jemand, der attraktiv ist, bestimmt auch klug und erfolgreich ist. Aber darum soll es heute nicht gehen. Es ist okay, neben sehr guten Freunden auch lockere Kontakte zu haben. Beliebt zu sein, ist ja keine moralische Verfehlung. Aber wenn wir es nicht schaffen, zwischen guten Freunden und lockeren Bekanntschaften zu unterscheiden, dann geht das oft schief. Denn Zeit und Aufmerksamkeit sind begrenzt. Wenn du 50 Menschen als Freunde bezeichnest, wie sollst du dann wissen, was an ihren Leben vor sich geht? Wie sollst du jedem davon dein wahres Ich zeigen? Wie sollst du genug soziale Energie haben, um auf jeden Geburtstag zu gehen und immer richtig zuzuhören? Ich persönlich glaube ja, wenn man bereit ist, sich selbst aufzugeben und ein kleiner sozialer Schmetterling zu werden, dann kann auch jeder beliebt werden. Das mag unrealistisch klingen für diejenigen, die es schon mal versucht haben. Aber indem wir unsere Überzeugungen zurückschrauben, ecken wir seltener an. Indem wir Kritik herunterschlucken, wirken wir netter. Es ist kinderleicht, Dutzende Menschen in unseren sozialen Kreis hineinzuziehen. Nur viele von uns wollen das ja überhaupt nicht. Das Individuum ist der Star des 21. Jahrhunderts. Der Mensch zu werden, der wir sein wollen, ist nicht nur etwas, wozu wir die Freiheit haben. Es wird geradezu erwartet. Das hat gute und schlechte Folgen. Für Freundschaften bedeutet das, dass jemand, der sich selbst intensiv betrachtet hat, an sich arbeitet und nicht messbare Lebensziele hat, hohe Ansprüche an sich und seine Umwelt entwickelt. Mit nicht messbaren Lebenszielen meine ich zum Beispiel, dass man nachhaltig leben möchte oder zu seinen Überzeugungen steht. Anders als beispielsweise das Einkommen lässt sich sowas nur schwer greifen. Wenn man so lebt, sieht man schnell, dass andere es nicht tun. Man merkt schnell, wie wenig man mit vielen Personen aus seinem sozialen Umfeld eigentlich gemeinsam hat. Ganz wichtig, damit möchte ich nicht propagieren, dass man sich über seine Mitmenschen stellt und für ein erleuchtetes Wesen hält. Ich sehe diesen Trend online ja ohne Ende. Diese Selbstüberhöhung aller Ich hab's verstanden und alle anderen sind dumm, gefällt mir gar nicht. Man kann nämlich feststellen, dass man nicht so recht zur Mehrheit der Menschheit passt, ohne das groß werten zu müssen. Es muss nicht heißen, ich komme nicht mit anderen klar, die sind so dumm und nervig. Es darf heißen, ich dicke anders, ich halte mich aus den Problemen der anderen raus. Und das bedeutet dann im Normalfall, dass nur wenige Leute zurückbleiben, zu denen wir wirklich eine Verbindung spüren, die wir eben als Freunde bezeichnen können. Manchmal kann es sogar passieren, dass niemand zurückbleibt, weil unsere Kehrtwende so krass ist, dass wir die Welt komplett neu betrachten. Oder weil unser Umfeld uns nur auf eine bestimmte Art mochte und uns nun fallen lässt. Ich verstehe, dass der eine oder andere lieber Teile von sich versteckt, als völlig allein dazustehen. Darüber zu lästern oder zu lachen, wäre heuchlerisch, da ich eben Freunde und Familie habe, die mir den Rücken stärken. Wer das nicht hat, für den kann Selbstfindung mit Einsamkeit einhergehen und das ist eine verdammt harte Erkenntnis. Nur muss man eben auch verstehen, dass man die richtig guten Freundschaften nur bekommt, wenn man authentisch und ehrlich lebt. Jemand, der beliebt ist, kann umgeben von 50 Menschen auf einer Party mehr Einsamkeit spüren, als jemand, der nur einen sehr guten Freund hat, der aber durch alle Höhen und Tiefen dabei war oder dabei wäre. Keinen Fall möchte ich den Eindruck erwecken, es wäre leicht, 5, 4, 3 oder auch nur 2 gute Freunde zu finden und im Leben zu halten. Die moderne Welt legt uns da nämlich ziemlich viele Steine in den Weg. Wir wohnen oftmals nicht für immer in der Nähe unserer Heimatorte. Ein gutes Leben für eine Familie ist nicht mehr mit einem Einkommen aus einer 40-Stunden-Woche möglich. Unternehmen aller Art, ob nun aus der Unterhaltungs- oder der Nahrungsmittelindustrie, bohlen um unsere Aufmerksamkeit. Die richtig guten Freundschaften zu finden und zu pflegen, passiert also nicht nebenbei. Das ist in vielen Fällen zusätzliche Arbeit. Also Aufwand, der mit all den anderen Verpflichtungen und Verlockungen des Alltags konkurriert. Manchmal bleiben daher nur Bekanntschaften übrig, die in die aktuelle Lebenssituation passen. Treffe ich mich mit jemandem aus der Nachbarschaft, um locker über das Wetter und Sport zu sprechen? Oder fahre ich zwei Stunden oder mehr in die nächste Stadt, um mit dem besten Freund über Tiefgründigeres zu quatschen? Schnacke ich nach der Arbeit noch ein paar Minuten mit Kollegen darüber, wie doof der Chef ist? Oder mache ich einen Ausflug mit meinen Freunden, der Geld und Zeit kostet? Es ist schwer, Menschen zu verübeln, wenn sie mal den einfacheren Weg wählen, während das Leben sie stresst. Nur wenn es wieder und wieder passiert, gehen die wichtigen Kontakte langsam verloren. Und es wird richtig, richtig bitter, wenn ein Ungleichgewicht herrscht. Wenn du also bereit bist, die extra Zeit und Energie zu investieren, ein guter Freund aber nicht. Man fühlt sich dann natürlich ungerecht behandelt. Häufig zu Recht. Aber es kann eben auch sein, dass die Lebenssituation eines Freundes sich stark verändert hat. Wer mehr als einmal unbeabsichtigt von Freundschaft zur Bekanntschaft heruntergestuft wurde, der investiert vielleicht beim nächsten Mal weniger oder gibt die Suche nach Freunden sogar auf. Lieber 20 Bekanntschaften pflegen, damit irgendwer immer Zeit hat, als sich nur auf zwei Freunde zu verlassen, die weit weg wohnen und wenig Zeit haben. Kann ich halt auch irgendwie verstehen, dass manch einer lieber auf Masse statt Klasse setzt, um nicht wieder allein dazustehen? Ich persönlich habe auch schon Freundschaften austrudeln lassen. Wenn man irgendwie merkt, dass man nicht mehr wirklich viel gemeinsam hat und sich die Prioritäten verschoben haben, tut das weh. Aber dann kann man eben wüten und weinen und sich wehren. Oder man schaut sich um, welche Menschen noch im Leben sind, zu denen man eine Freundschaft dann eher intensiviert. Die traurige Wahrheit ist, dass Freundschaften fürs Leben selten sind. Die ermutigende Wahrheit ist, dass man in jedem Alter noch Freundschaften schließen kann. Die hohe Kunst ist wiederum, sich dabei weder zu verschließen, noch anzubiedern. Fehlende Beziehungen machen uns krank. Ich glaube, deshalb kann es so schwer sein, ruhig über dieses Thema zu sprechen. Menschen mit guten sozialen Bindungen leben länger als Menschen ohne diese Bindungen. Einsamkeit kann uns auf vielen Ebenen kaputt machen. Und einigen Menschen ist es peinlich, wenn sie zugeben müssen, dass sie kein soziales Netz haben. Sie sehen es als persönliche Verfehlung, als ein Scheitern an. Aber einige Menschen bauen sich trotz fehlender Freunde ein schönes Leben auf. Das ist schon eine gewaltige Aufgabe. Und das sind oft Menschen, die trotzdem Rückhalt in der Familie haben oder verheiratet sind. Sie sind also nicht völlig allein. Diejenigen von uns, die Freunde als wichtigen Bestandteil des Lebens bezeichnen, stehen unter Druck. Wir konkurrieren um die Aufmerksamkeit unserer Freunde. Und umgekehrt ist es auch so. Unsere Freundschaften konkurrieren mit Arbeit, romantischen Beziehungen, Ablenkungen aller Art. Dass ich das so ausspreche, wird einige Leute richtig auf die Palme bringen. Oder ihre hässliche Seite hervorbringen. Sie zeigen mit dem Finger und sagen, du bist doch verrückt. Freundschaften entstehen einfach, du denkst zu viel drüber nach. Hab dich mal nicht so. Das ist meist die Sicht sehr junger Menschen, die noch ihren Schul-, Ausbildungs- oder Studiumsfreundeskreis haben. Oder aber eben die Sicht der Menschen, die von sich behaupten, 10, 20 oder mehr sehr gute Freunde zu haben. Diejenigen, die gerne viel zu tun haben und wenig reflektieren. Sie legen daher nicht so viel Wert auf die Qualität der Beziehungen. Hauptsache beschäftigt sein, Hauptsache irgendjemand hat am Wochenende immer Zeit. Das ist natürlich total in Ordnung, ich möchte das nicht verurteilen. Aber umgekehrt soll dann bitte auch nicht mit den Fingern gezeigt werden. Viele Menschen können und wollen das so nicht. Sie wollen enge Bindungen. Lieber nur alle paar Wochen Zeit voreinander haben, aber dafür Sorgen und Hoffnungen teilen. Als jeden Tag einen Kaffee trinken und über die Kollegen zu lästern. Und für diese Menschen ist es nun mal schwerer in der modernen Welt. Ich habe es bisher geschafft, Persönlichkeitstypen auszuklammern. Aber wir sind hier immer noch bei Wanderlust Introvert. Wir müssen auch darüber sprechen, dass unser Temperament Einfluss darauf hat, was wir uns überhaupt von Freundschaften erwarten. Und da sehe ich speziell, aber nicht ausschließlich, dass Introvertierte dringend nach tiefgründigen Verbindungen suchen und nicht nach Zahlreichen. Das heißt nicht, dass wir uns nicht dazu zwingen können, überall dabei zu sein und mit jedem gut klarzukommen. Aber wenn es darum geht, was wir brauchen, um uns wohlzufühlen, dann sind das oft wenige sehr gute Freundschaften. Das liegt dann eben auch daran, dass wir mit unserer sozialen Energie haushalten müssen. Den ganzen Tag grinsend durch die Gegend zu laufen und Hände zu schütteln, erschöpft uns. Also wollen viele von uns ihre Energie bewusst und achtsam einsetzen. Eben nicht für lockere Bekanntschaften und Gespräche über das Wetter, sondern für was Echtes. Was genau das bedeutet, das sieht natürlich für jeden anders aus. Für mich ist es so, dass ich manche Leute nur treffen kann, wenn ich ganz gut drauf und entspannt bin. Und dann gibt es noch die Freunde, die ich auch treffen kann, wenn ich nicht so gut drauf bin oder Stress habe. Letztere sind die, die mich auch mögen, wenn ich keine Performance abliefern kann. Oder nochmal anders erklärt. Wenn ich ein Treffen ausmache und am Tag des Treffens merke, dass ich einfach unter sozialer Erschöpfung leide und nichts mehr geht, kann ich das dann jemandem ehrlich sagen und er akzeptiert das? Das ist dann schon eine echte Freundschaft. Ich weiß, dass ich mich nicht schäben muss. Ich darf auf meine Bedürfnisse hören. Ich muss keine Ausrede suchen. Und ich weiß natürlich auch, dass ich dann die Initiative für einen Ersatztermin ergreifen muss. Denn gute Freundschaften bedeuten auch Arbeit, speziell emotionale Arbeit. Wir müssen Erwachsenen mit Konflikten umgehen, ehrlich sein, zuhören können, mal mehr geben, als wir zurückbekommen, mal verstehen, dass wir mehr nehmen, als der andere gerade geben kann. Wenn ich so darüber nachdenke, dass man für Freunde ein offenes Ohr und Zuneigung parat haben sollte, verstehe ich einfach nicht, wie das mit vielen Menschen möglich sein soll. Klar hat da jeder andere Kapazitäten. Aber ich könnte das nicht. Und wer weiß, vielleicht verbaut mir das auch einige Wege im Leben. Überall beliebt zu sein und mit jedem eine Freundschaft anzustoßen, bedeutet auch viel Vitamin B. Nur wäre der Preis aus meiner Sicht zu hoch, dann bliebe weniger Zeit für die sehr guten Freunde und die Familie und weniger Zeit für mich. Ein Video dazu, warum gern allein zu sein gar nicht so verrückt ist, verlinke ich mal in der Beschreibung und am Ende des Videos. Selbstverständlich lassen sich gute Argumente dafür finden, Freunde nicht zu zählen oder zu vergleichen. Diese 5 statt 50 Aussage klang einfach gut. Und ich sehe nun mal immer wieder, dass Freundschaften uns Introvertierten nicht einfach so zufliegen und dass wir sie häufiger hinterfragen. Freundschaften sind fast immer kompliziert. Aber weißt du was? Das ist doch gut so. Sie sind schließlich auch verdammt viel wert. Viel wert sind auch meine treuen Unterstützer auf Patreon. Aber auch die fleißigen Kommentarschreiber. Wenn es mal nicht so dick läuft, was die Aufrufszahlen angeht, dann baut es mich sofort wieder auf, wenn ich lese, dass ihr aus meinen Videos was mitnehmt und ihr euch hier wohl fühlt. Also danke für eure anhaltende Unterstützung.